Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken. Was heißt das? Das heißt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Lillys Herz vielleicht noch ein Jahr eigenständig arbeitet. Du wirst doch wieder gesund. Aber ich brauch ein bisschen Startkapital. Die würden Lillys Werte manipulieren. Wie viel? 30.000. Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann! Hier, hier, komm! Gib mir die gottverdammte Tasche, du wirst! Bahntreich und Erstehilfe, Kirsten, bitte. Heuverletzten Kollegen brauche, RTW. Ihr habt zwei Tage Zeit, mir 100 Millet zu bringen. Das ist Business, Dicke. Ich steck dieser verdammten Fotze in den Knarre in den Mund und sag, gib mir die Scheiße zurück, du Hure. Ich bin auf dem neuen Leuten. Ich bin auf dem neuen Land. Ich bin auf dem neuen Land. Ich bin auf den neuen Land. Du hast mir uh New Shepfd. Ich vom Vrn. Ich bin auf dem weiteren Attreger. Ich bin hot' mit dem neuen Letten. Sieh, sieh, sieh. Alles klar. Was ist das? Es ist das Business. Das war's.